So, jetzt geht's los. Endlich wieder Messe. Ja, also Düsseldorf, wir kommen. Die sind schon da. Ja, oder okay. Ja, aber noch nicht in den heiligen Hallen. Endlich wieder eine Messe. Wir freuen uns furchtbar. Ja, die letzte ist ja ausgefallen wegen Corona. Also für uns ist sie ausgefallen. Die war ja nur ganz klein, glaube ich. Ja, also da waren wir nicht. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, was uns jetzt alles so erwartet. Also, los geht's. Auf geht's. Macht man bereit. Für diese Einschränkungen gibt's noch. Ja, und jetzt muss ich schon so oft die Maske anziehen, hab's immer noch falsch angehabt. Naja, das ist ein bisschen blöd, aber es sind schon wir. Und da ist das Zeichen, das ist das Zeichen, dass wir geimpft sind da. Dieses Bändl kriegt man. Ach so, da müssen wir jetzt nicht immer unseren... Unsere Dinge impfen, was wir zeigen. Ja, genau. Ja. Also, ihr könnt ohne Maske bleiben brauchen. Ich nehme euch auch so mit. So, das mit dem Shuttlebus hat gut geklappt. Und jetzt geht's los und auf... Wir haben ja schon mal im Vorfeld der Messe ein Video eingestellt und da haben wir ein paar Fragen an die Firma Concorde gehabt. Wir haben auch einen Concorde vorgestellt und sind dann gleich von euch damit kontrolliert worden. Fahren wir jetzt bald Concorde? Wir können euch die Frage beantworten. Ja, wir fahren bald ein anderes Wohnmobil. Aber ganz sicher nicht nach der Messe. Nein, und das dauert auch noch eine ganze Weile. Wir interessieren uns jetzt einfach für diese Fahrzeuge und deshalb schauen wir uns die an. Aber deswegen kaufen wir uns jetzt nicht gleich ein neues Fahrzeug. Nein, noch lange nicht. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Gustl, das ist ganz klar. Aber er wird einen Nachfolger bekommen, aber nicht die nächsten 12 und auch nicht die nächsten 18 Monate. Das dauert sicherlich noch zwei Jahre. Ja, wenn nicht noch länger. Ja, das liegt jetzt dann an der Ussi und wir. Wir sind uns immer einig und wir werden einen richtigen Zeitraum finden. Und ein richtiges Fahrzeug. Aber ansonsten sind wir mit unserem Gustl zufrieden. Wir informieren uns nur. Und während wir uns schlau machen, was man alternativ zu einem Hümer fahren kann, den wir haben, nehmen wir euch mit. Und wenn es euch interessiert, schaut euch die Fahrzeuge mit uns an. Ja, und jetzt gehen wir in die Halle, oder? Absolut. Mhm. So, wir sind jetzt hier an dem Stand von der Firma Concorde und wollen uns da den Credo mit 8 Meter Länge anschauen, aber das machen wir in einem separaten Video. Auf jeden Fall ist Concorde mit vielen Fahrzeugen vertreten und wer Interesse an den Fahrzeugen der Firma hat, der kann hier eine reichliche Auswahl finden. Ja und dann hat es uns tatsächlich die Sprache verschlagen, das heißt eigentlich haben wir nur vergessen die Mikrofone einzuschalten. Wir waren am Stand der Firma Phoenix und haben da einen Topliner 8800 Bmb gezeigt bekommen oder durften wir reingehen, der allerdings nicht ganz den Maßen entspricht, die wir uns vorstellen. Mit 9 Metern ist er etwas zu lang und mit 3,50 Meter etwas zu hoch, aber wir werden euch trotzdem ein Video versuchen von diesen Impressionen zu zeigen. Das ist mal ein ganz anderes Camming Vergnügen. Also wenn du Probleme hast mit so einem Fahrzeug auf einen Stellplatz zu fahren, das kann ich verstehen. Also ich habe nichts gegen Größe, aber das wäre erstens mir zu groß und zweitens dürfte man das gar nicht fahren. Da braucht man einen Lkw-Führerschein. 12 Tonnen oder 14, oder? Äh, keine Ahnung. Ich sehe, ich habe jetzt nur gerade den Preis gesehen. 1,2 Millionen. Ja, der Grundpreis sind knapp 900.000. Ja, da kommst du dann auf 200.000 immer drauf an. Vermutlich. Jetzt sind wir hier am Stand von Morello und da wollen wir ein 8-Meter-20-Fahrzeug filmen. Aber das Video stellen wir euch separat vor. Ja. Mhm. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt sind wir hier bei der Firma Chanson und da gibt es den Chanson 6040, ein vollintegriertes Fahrzeug. Und der Patrick hat uns gebeten, ob wir uns das einmal für ihn anschauen und Patrick, den kommen wir natürlich gerne nach. Dafür gibt es ein separates Video. Aber ich sehe schon, das Interesse ist groß. Es sind noch nicht viele Besucher da. Nein, heute ist ja eigentlich der Fach. Aber hier in dem Fahrzeug herrscht ein Registreiben. Also wir sind nicht die Einzigen, die jetzt da rein wollen. Also das Besondere an dem Fahrzeug ist, dass man das Bett über dem Esstisch hat und als Hubbett runterkommt. Und das wollen wir uns nämlich anschauen. Jetzt müssen wir nur warten, bis die Leute hier wieder draußen sind. Ja, das nächste Mal suchst du ein anderes Fahrzeug raus. Ja, das war's. 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 so der erste tag der messe haben wir es war wie immer natürlich sehr interessant anstrengend sehr anstrengend weil man ja immer mit maske rumlaufen muss zum teil musste man sogar handschuhe anziehen was sehr anstrengend ist ja aber was mir unter uns beiden ja auch sehr gut gefallen hat wir haben wieder sehr viele unserer youtuber freunde gesehen getroffen haben sogar schon neue kennengelernt und das macht eigentlich für uns die messe immer schön interessant wir konnten euch noch nicht zeigen von der messe wir waren ja auch nur bei drei vier hochpreisigen modellen und bei chaussons da haben wir euch ja kleinen platzübersicht gezeigt ja wir haben jetzt auch schon das ergebnis ein vorweggenommen aber das stellen wir in einzelnen videos dann auch vor da haben wir extra videos dazu gedreht ansonsten ist es anstrengend mit der maske rumzulaufen das ist überhaupt kein thema es ist so schon anstrengend und wir werden auch schauen dass wir jetzt die nächsten tage wir sind ja noch drei tage hier dass man da noch ein bisschen was einfangen vom zubehörbereich wo wir auch ein paar fragen haben und wo wir was darstellen möchten hier sind wir jetzt übrigens in der stadt der welt das ist jetzt speziell für die die einsteigen wollen dieses wohnmobil hobby die können sich hier informieren da gibt es vorträge wir sollten auch einen machen aber es kam so kurzfristig rein dass wir uns da jetzt nicht mehr vorbereiten konnten aber hier ist ein eigener bereich mit beratung für leute die einsteigen wollen die erfahren an die unterschiede zwischen eikofen dachzelt kastenwagen und was es alles so gibt also ist durchaus interessant zum anschauen und was gibt es sonst noch zu sagen zubehör natürlich jede menge ja und vor allen dingen heute war der pressetag ist war eigentlich kaum was los und trotzdem muss ich sagen es war schon sehr viel los ja ich bin gespannt wie es morgen wird morgen wenn man nur zwei drei hallen machen können und dann wird man fertig sein finde ich an ja ja denn morgen ist ja der öffnungstag der offizielle also am samstag und ja und mal schauen ob man da denn noch mal was einfangen können oder wie man das dann machen möchte nur sagen also es ist hier wird hier äußerst beniebe drauf geachtet man kriegt zwar bändchen wenn man geimpft ist ja dauernd sich checken lassen muss aber ich muss sagen also es ist schon übel was uns die leute die sich weigern sich impfen zu lassen uns anzuhören dass wir alle hier maske rumlaufen müssen nur weil einige meinen sich nicht impfen lassen so ein wenn sich mehr in verlassen würden ich will nicht polarisieren aber das ist einfach so alle laufen hier mit maske rum die meisten haben so einen blauen pendel und sind geimpft die wenn man auf die toilette geht ist jede zweite toilette gesperrt waschbecken genauso ja das sind zwei waschbecken eins ist gesperrt dann holen sich die leute werden dass ich die hände wäschen neben einem die seife ja so dass man denen noch näher ist also es ist halt wie alles hanefüchend oftmals ja aber so ist es wir sind froh dass wir überhaupt zu der messe haben ja weil wir bedanken uns auch beim caravan so dass wir hier dabei sein durften und hoffen dass wir euch noch ein bisschen was zeigen können die fahrzeuge seht dann natürlich auf jeden fall ja genau und ich denke schon ja aber weiß ich muss jetzt hier so gemütlich so bequem das ist übrigens ein platz für flocker blocker dann wurde uns diesmal zur verfügung gestellt also da treffen sich immer welche hier waren auch schon welche im moment sind alle wieder unterwegs das meiste ja ja aber es ist einfach gemütlich ich glaube ich bleibe hier noch eine weile sitze und ja ich würde sagen okay das war's oder ja dann hoffen dass euch der erste eindruck von uns gefallen hat von der messe wir melden uns auf jeden fall natürlich noch mal stellen auch die einzelnen fahrzeuge und unser statement dazu vor und sagen jetzt erst einmal tschüss tschüss denke ich dran daumen hoch dann werden die videos noch besser und wer uns noch nicht abonniert hat ebenfalls abonnieren uns glöckchen nicht vergessen jetzt haben wir das auch mal wieder es gibt ja einen shuttle bus aber der shuttle bus da wo er immer fährt da ist er nämlich nicht mehr abgefahren es gibt kein hinweisschild nicht aber 20 minuten gewartet ja wenn es reicht ja dann sind wir noch mal woanders sind geschickt von da haben wir noch mal zehn minuten gewartet da ist jemand gekommen und hat gesagt da muss ich warten obwohl der shuttle bus gestanden ist ja da müssen sie noch mal 100 meter vorgehen weil der pickpon haltestelle ab also liebe messe müssen doch dafür kriegt er keinen preis für diese organisation und jetzt wird es natürlich so lange gedauern dass die schwarze wolke da ist jetzt da ist der regen hätten wir gleich den wichtig wären wir gleich richtig gewiesen worden da wären wir jetzt schon längst im Wohnmobil echt sagen also das ist nicht lustig jetzt sind wir natürlich pickschnass und jetzt hoffen wir dass der regen gleich wieder aufhört und ja dann müssen wir uns natürlich gleich mal in Richtung ziehen wir sind nass wie die nicht lustig nein nicht lustig nein habt ihr gerade gehört wie das brasselt das war vielleicht ein regen und wir waren natürlich pittipatje nass hier aber wir haben es jetzt zum Brüstel ja dann geschafft haben uns eine Weile untergestellt wir haben es zum Brüstel geschafft und uns jetzt umgezogen jetzt sind wir wieder trocken und ja und der Helle schneidet jetzt schon mal das Video mal schauen was wir verwenden können und was nicht denn heute war nicht ganz so unser Tag es ist schon seine Geschichte dann jetzt wollen wir mal gucken was dabei rauskommt und naja ganz so schlimm wird es nicht werden naja niemand ist perfekt und mir auch nicht und von daher jetzt schauen wir mal was es wird und jetzt sagen wir endgültig tschüss ja oder ja also machts gut ja 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 ja